So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, beziehungsweise eine weitere Max Out Monday Folge. Da Kiurim natürlich immer noch in den Raids ist und nochmal eine Raidstunde bekommen am Mittwoch, plus eine Raidstunde nächste Woche Mittwoch, werden wir natürlich noch kein Kiurim maxen, denn ich habe eine ganz rückgeschalten. Ich habe ja das 100%ige. Ich wollte XL sammeln. Ich bin jetzt bei, wir können mal ganz kurz nachgucken, wie viel XL Bonbons wir haben. Das Ziel, was ich erreichen wollte, werde ich auf jeden Fall dann erreichen. 232 ist ein 100%iges, damals aus einem Tausch mit Badilp. Nicht aus einem Tausch, aus einem Raid mit Badilp. Badilp hat mich eingeladen zu einem Raid nach Zaragoza. Ich habe den mitgemacht. Wir waren irgendwie nur zu zweit auf einmal. Und wir haben den irgendwie ganz knapp dann so und alles. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, hin und her. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht war das das andere mit dem... Ja, egal. Nee, aber Badilp war auf jeden Fall durch eine Raid-Einladung und da das 100er bekommen. Mittlerweile habe ich ja zwei 100er. Hier ist das nächste noch. Kann man auch hier. Gab es bei Raid am Mittwoch. Deswegen heißt der auch Seraph. Den also noch nicht maxen. Wir haben aber was anderes vorbereitet. Denn heute ist ja Montag. Samstag, Sonntag waren die Weihnachtsfeiertage. Das Weihnachtsevent ist trotzdem immer noch im vollen Gange. Wenn ihr mal wissen wollt, wie lange irgendwas läuft, guckt ruhig mal hier rein. Das seht ihr, die Pokémon Go Feiertage Teil 2 laufen noch vier Tage und fünf Stunden. Solange habt ihr noch die besonderen Eier, mehr Geschenke, die ihr öffnen könnt und tragen könnt. Und besondere Pokémon in den Raids. Ich werde auch, denke ich mal, am Dienstag, 18 Uhr, wenn die Pet Sneev Spotlightstunde ist, nochmal Galaflampion Raids machen. Mit dem kleinen Account direkt machen und immer mal aus dem Chat Leute mitnehmen. Also Dienstag, 18 Uhr, wer noch Galaflampion braucht. Und passend dazu werde ich trotzdem heute mal hier noch ein paar Pokis pushen, die für das Event auch irgendwo sinnvoll waren oder nützlich sind. Aber angefangen mit einem alten Verbliebenen, denn in der letzten Folge habe ich ein Elevoltech auf Level 50 gepusht, weil Elektek in der Spotlightstunde war. Das gleiche habe ich jetzt hier auch vor, aus der Magma Spotlightstunde ein paar XL mitgenommen. So können wir hier dieses 100%ige Markbrand endlich pushen. Ziehen wir direkt rüber, auch wenn das vielleicht jetzt nicht so nützlich ist, pushen wir das. Auch einfach ist Kanto, beziehungsweise vermischt mit Sino, haben jetzt ein Markbrand mit 3541. Was wahrscheinlich irgendwie das nutzloseste Pokémon der Welt ist, mit, ne. Aber es hat schöne Lippen, guckt euch das an, das sieht man sich doch gerne an, wie das so Lippen hat. So, dann möchte ich als zweites, was ich aber auch cool finde, haben wir hier ein Fianondor. Das bekommt auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Wir haben jetzt hier Bonbons zusammen. Wir werden das jetzt auch maxen, schon mal, auf 2380. Das ist eigentlich nix, aber wir maxen es trotzdem. Finde ich cool. Ich finde, das gefällt mir eigentlich besser als Frostedia. Die kommen aber ungefähr, die müssten auf die gleichen WP kommen, auf Level 50 bei 100%. Ist also auch ein 100%iges und, joa, sogar Best Buddy, wie man sieht, durch die Schleife. Eissplitter, Giroball, damit mache ich eigentlich eh nix. Das lasse ich erstmal so, was hat der eigentlich gehabt? Karateschlag und Durchbruch. Unser kleiner, brennender Karate-Kämpfer. Dann möchte ich jetzt hier mal ein Mammut-Tel noch pushen. Bester Eisangreifer, ja. Oder auch nicht. Aber für mich einfach richtig gute Socke. Gerade, wenn die ganzen Drachen immer reinkommen und ihr so eine Mammut-Tel oder Mammudel, eine Mammut-Tel-Armee habt, nimmt man gerne mit. Hier werden wir auch pushen. Kommt auf 3763. Weil es ein 100%iges ist. Hat auch die Best Buddy-Schleife dran. Sieht einfach gut aus. Ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Und als zweites habe ich mir dann gedacht, wir nehmen mal noch eins. Aber ein Krypto. Weil die Kryptos sind doch stärker als die normalen. Das Krypto ist also nützlicher eigentlich als das 100%. Leider ist es kein 100%. Es ist ein 96%. Sind aber trotzdem gute Werte. Und da werdet ihr auch gleich den Unterschied sehen. Gehe nämlich hier drauf. Drücke das einmal rüber. Und schon brauchen wir nicht 296 XL, sondern 360 XL. Kryptos sind also auch von den XL her teurer. 602.000 Staub. Aber egal. Den ziehen wir auch hoch. 3737. Und das ist der Unterschied. 37, 63. Wegen zwei Strichen. Zwei Striche machen also ungefähr 15 WP aus. Macht euch also nicht da verrückt. Die sind eh beide über 37. Ist also eine krasse Sache. Dann was ganz Besonderes noch. Frigometri. Wenn der überhaupt so heißt. Da steht Japan. Da steht doch eigentlich die... Frigometri. Genau. 100% habe ich gedacht. Den müssen wir pushen. Das ist das Events exklusive, weihnachtliche... Vergesst mal Bodo-Gel oder sowas. Den hätten wir eigentlich auch pushen können. Nein, ich möchte Frigometri pushen. Mal guck dir den doch an. Ich weiß gar nicht, was das jetzt eigentlich ist. Ist das eine böse Schneeflogge, die böse guckt und einen bösen Mund hat? Oder erkenne ich da irgendwas, was gar nicht da ist? Man könnte denken, es ist ein Bronzel. Es ist die Gala-Version von Bronzel. Aber auch das werden wir jetzt pushen auf 3163. 100% Frigometri mit eises Odem und Solarstrahl. Hm... Wie passt das denn zusammen? Gar nicht, okay. Aber ein... Einen! Oh mein Gott. Einen haben wir noch übrig. Äh... Arctip. Ist das neue Pokémon, was jetzt eingeführt wurde in Pokémon Go beim Winter-Event Teil 2? Das ist ein hundertprozentiges. Ähm... Ja, den könnte man jetzt erst entwickeln. Und dann pushen. Oder man pusht ihn erst. Es würde hier auf jeden Fall auf 1300 kommen. Wir entwickeln ihn mal. Oh, der hat so schon 2800 nach der Entwicklung. Ich kann nur das Pokémon nicht. Ich habe nur... Die Weiterentwicklung kennt man vielleicht von Pokémon Unite. Wer das ab und zu mal zockt, ne? Steht er ja auch bei irgendwelchen Maps mal mitten in der Mitte. Und guckt da böse. Sieht halt jetzt aus wie eine Schildkröte. Ist aber halt ein Eisklumpen. Ne? Hiermit auch einfach Eis. Freut sich hier. Und den werden wir jetzt auch pushen. Auf... Uh... 3615. Das Marmottel kommt auf 3700 noch was. Der kommt ja auf 3600 noch was. Kann der was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob der was kann. Der hat ja Biss und Spiegel Cave. Also... Vielleicht hat er ja noch andere Attacken, die irgendwie interessant sind. Und ihm ein Eis... Eiszahn und... Da zwei Eisattacken drauf. Vielleicht können wir den auch als... Eiszahn und Lawine. Ist das ein guter Eisangreifer? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Schreibt es mir rein. Der sieht auf jeden Fall mega aus. Finde ich. Das neue Pokémon in Pokémon Go. Lassen wir mal so drauf. Ne? Fürs Dump-Nähe. Dieser Fan-EV. 3615. Hat mich auf jeden Fall überrascht, dass das so eine Bestie wird. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Ihr könnt ja mal reinschreiben. Wie viele XL-Kiurin-Bomboms habt ihr jetzt im Moment? Und... Habt ihr ein gutes Arctip bekommen? Wie findet ihr Actillas als Pokémon so? Kanntet ihr das schon? Wie findet ihr das Design? Ist das cool? Ist das nicht cool? Hat er seine Fanbase? Und... Wie gefällt euch generell? Das Weihnachtsevent Teil 2. Im Vergleich zum Teil 1. Und hattet ihr schöne Feiertage? Schreibt es mal alles drunter. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.